Wir haben jetzt noch aufgeschrieben, dass ich Nikola Kutschi und den Franz Büchner auf die Bühne binden darf und möchte zum Thema Helle werden. Große Helle. Nikola Marteux vom GFL TV. Apropos Schwergewicht, also. Wir sind nicht in der selben Gewicht zu lassen. Dazu Frank Büchner und Frank Buschmann, den wir ja vom Superbowl kennen in den letzten Jahren. Seite 1. Richtig, man kann das richtig sein. Man muss ja aufpassen, dass er da mit Streamen und Ding. Franz hat mich nicht vorgestellt. Aber nicht, weil Franz mir immer nicht sicher bin, wo er ist. Ja, hinter den Schwergewichten hat das auch schwer. Weil Franz so verschwindet hinter Nikola. Aber wir wollen, völlig ohne nichts weiter stören zu lernen, um das trotzdem lesen zu können, um die Tops und Flops der bisherigen NFL-Saison kümmern. Quarterbacks, Runningbacks, Coaches. Fangen wir mit Franz an? Fangen wir mit dem Quarterbacks an? Wer hat dich da bis jetzt am meisten überzeugt? Am meisten? Naja gut, könnte man natürlich jetzt wirklich überwächtigen nehmen. Aaron Rodgers ist natürlich herausragend. Aber wenn man jetzt mal nur von Überraschungen ausgeht, wo ich sage, das hätte ich in der Fall vielleicht gar nicht so gut erwartet, dann würde ich jetzt einfach mal Tim Newton nehmen von Nikola in Atletters, der es schafft, mit einer limitierten Offensive in dieser Saison wirklich viel zu machen. Die haben jetzt ja alle vier Spiele gewonnen, die Panthers, steht also perfekt da. Und Newton ist so ein Quarterback-Typ, ja auch sehr athletisch. Einer, der auch ganz gern mal selber läuft und in den letzten Jahren immer sehr viel Risiko eingegangen ist bei seinen Spielzügen. Das sehe ich in dieser Saison sehr viel besser, was er veranstaltet. Es wirkt reifer, was er macht. Wie gesagt, ihm fehlen die Waffen eigentlich in der Offensive. Sein bester Receiver, Kevin Benjamin, fehlt die gesamte Saison mit Kreuzbandriss. Und dafür managt er dieses Spiel wirklich sehr, sehr gut. Weiß, wann er passen muss, wann er selber laufen kann. Es wird alles sehr viel organisierter als in den letzten Jahren. Und das imponiert mir aktuell doch sehr. Nikola? Ich will tatsächlich keine Sorgen nehmen. Und zwar allein wegen des Spiels im Baltimore, äh, im Baltimore letzte Woche, wo er kurz vor Ende gesackt wird, den Ball verliert. Das Ganze wird zurückgetragen. Sie sind drei, vier Minuten vor Schluss plötzlich in Rückstand. Und es geht hin und her und er findet trotzdem immer seine Receiver in einem Baltimore liefert. Und man weiß, da ist eigentlich offene Receiver, Winplay ist eher schwer zu treffen. Er macht es mehrfach, holt sich die Flucht zweimal zurück und bringt es über die Zeit. Und natürlich sagen dann alle, ja, Andy Deutel, das haben wir im letzten Jahr schon gesehen, ähm, Playoffs und dann wird gemessen. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, der ist ein Schritt weitergekommen, als er noch in den letzten Jahren war. Ja, danke. Ähm, ja, um die Vergleichen zuwenden, Mc Ryan, Atlanta 4-0, also ein guter, das weiß man schon lange. Letztes Jahr wurde er extrem kritisiert, zum Teil auch zu Recht. In diesem Jahr, finde ich, spielen wir dann das, was er kann, nämlich teilweise in der Spitze unter den Top-5-Vorkomplexen der gesamten Liga. Letztes Jahr war das die Lach-Nummer, die NFC im Süden, in diesem Jahr haben wir zwei Tipps, mit vielen Hunden bei oben stehen, mit einem Leiner hier, mit Atlanta. Und das hängt zum sehr großen Teil an den Waterbacks, also für mich eine sehr, sehr positive Hunde. Moshi, hast du noch einen Kippen, ne? Ich bin auch bei Ryan, weil wir haben das Spiel Dallas gegen Atlanta gemacht, wo es sich wirklich schwer getan haben in der ersten Halbzeit und dann eine zweite Halbzeit hingelegt haben. Und das hing auch maßgeblich mit an ihm. Hat mich auch von den Spielen, die ich gesehen habe, ja nicht überrascht. Ich habe ja auch von meinen Experten erklären lassen, dass er es eh drauf hat. Was ihm fehlt, ist dieser Ring am Finger. Aber das war für mich so die auffälligste Quarterback-Leistung. Ich kann aber, ich glaube, ich sehe nicht so viele Spiele wie ihr. Aber das hat mich beeindruckt. Ich möchte da übrigens noch was zu sagen zu unseren Übertragungen da bei Prudy und Max. Ich weiß, dass ich jetzt hier in der Reihe mit absoluten Fachleuten sitze und ich weiß auch, dass man hier sagt, was will der Typ beim Football. Ich möchte mich aber mal ganz speziell, weil ja ein paar aus der Football-Gemeinde hier sind, bei den Fans bedanken. Das habe ich, jetzt ganz ehrlich, ich habe sowas noch nie gesagt. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Eine solche Community, die so eine Sportart liebt und auch pusht, dass wir auch mal angemotzt werden, weil wir das ein bisschen wie die Sendung mit der Maus am Anfang mal hin und wieder gemacht haben. Okay, aber diese Community ist unglaublich und ich weiß nicht, ob ihr einschätzen könnt. Ich habe ja gerade viel Spannendes gehört zum Thema Streaming und TV und was hat eine Chance und was hat keine Chance. Ich hätte nie gedacht, dass Prudy und Max, das ist ein Satellitensender, nenne ich das immer, Kanal 191 bei den meisten. Irgendwo viele wissen auch gar nicht, dass sie ihn haben, obwohl sie ihn haben. Und diese Übertragung machen 200.000 bis 300.000 Zuschauer, also in der Spitze haben wir 300.000 Zuschauer mit einer Randsportart, nicht böse sein. Ich finde das ganz, ganz großes Kino und was im Social-Media-Bereich abgeht, generell im Web zu diesen Übertragungen, ist wirklich unglaublich. Und ich glaube, wir haben da, oder ihr habt da was geweckt, wo gerade den Verantwortlichen bei ProSieben Sat.1 die Hose platzt. So dicke Eier haben sie. Passt ganz gut, ne, dicke Eier. Sie sind live. Achso, ja, 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 ja. Entschuldigung, also wir sind sehr freund. Also vielen, vielen Dank dafür für die unglaubliche Unterstützung, wenn das so weiterläuft. Wir sind wirklich live, ja. Vielleicht traut sich dann auch der große Bruder oder die große Schwester Sat.1 in den Playoffs noch ein bisschen mehr, noch früher drauf zu gehen, was nicht einfach ist, übrigens in einem Vollprogramm. Aber es ist echt geil, muss ich echt sagen. Macht einen Riesenspaß und danke dafür. Das kann man ja so direkt im Umgang nicht loswerden, aber es ist echt ein großes Kino. Wir hätten das nie gedacht. Das ist echt geil. Also wir haben jetzt sehr viel weiter und gleich, weil er ist natürlich im FSK 18 nur noch und unterstützt durch Produktplatzierungen. Ich habe bei Franz voll vergessen, dass er bei Sport 1 ist. Das war das, was ich glaube, ich angewandert. Franz, wir sind bei den Runderbacks gelandet. Wenn du möchtest, darfst du wieder den Anfang machen. Vier Spiele absolviert. Wer ist für dich überrascht? Es gibt einige Überraschungen, aber da ich jetzt der erste bin, nehme ich einfach mal Bonter Freeman aus Atlanta. Ja, der spielt aktuell Wahnsinn, was der macht. Zwei Spiele in Folge, drei Touchdowns jeweils erzielt. Das gab es, glaube ich, seit 2006 nicht mehr. Also das ist schon eine herausragende Leistung aktuell. Er spielt jetzt seine zweite Saison. War letztes Jahr als Rookie wenig im Einsatz, muss man mal sagen. Hatte da auch noch ein paar Spieler vor sich. Und jetzt auch mit der Verletzung geht. Wir Coleman natürlich auch eine Chance bekommen, jetzt auch zu starten. Und die nutzt er gerade wirklich aus. Also wenn man jetzt wirklich einen nimmt, den man so vor der Saison nicht auf der Leffnung hat, dann der Wort zur Fingern hat. Nikola, hat er jetzt den Top-Kandidaten abgeräumt? Dauert er noch ein paar übrig? Jetzt wird es natürlich schwierig. Weil bei Rookie-Banks könnten wir eine lange Liste an Enttäuschung machen. Aber dann wäre er auch das. Ich hole mal ganz unten aus dieser Liste raus. Ganz unten in der Liste Marco Murray. Also die Art, wie er in Philadelphia eingesetzt wird, nämlich gar nicht. Das ist schon heftig in dem Ausmaß. Weil sie holen den Best-Running-Mack der Liga zu sich ins Team. Und sie machen nichts draus. Also das ganze Projekt, der ich ja hier bin, schaut sicher im Augenblick mehr aus wie ein Verkehrsunfall. Man will nicht hin sind, man tut es trotzdem. Und die Marco Murray und seine Rolle da drin ist halt ein großer Teil davon. Und um jetzt nicht nur Negatives zu sagen, also Chris-Armoney, muss ich sagen, hat mir jetzt im Launchen ganz gut gefallen. Das hätte ich auch nicht erwartet, dass die Jets insgesamt so gut sind und dass sie mit Chris-Armoney so performen. Aber wie gesagt, bei Rookie-Banks bin ich eigentlich eher bei Flops als bei Tops. Gut, jetzt kannst du das aussuchen. Flops oder Tops? Ja, natürlich fast das gleiche. Tops gibt es leider keine so viele, kein so tolles Deutsch. Ne, Todd Gurney kann ich mich erinnern, der hat ja wirklich... Tops? Wurde, macht sich krank. Tops oder Frops. Ich bin natürlich auch riesengeschädigt, wie ihr es sicher hört. Leicht stimmengeschädigt. Ne, Todd Gurney muss ich sagen, hat mich sehr positiv überrascht. War ein bisschen verletzt am Anfang, aber seit er spielt, zeigt er auch, dass er die absolute Top-Verpflichtung war. Ich glaube, dass er sich sehr lustig erhofft hat. Ein Wort zu Edwin Peterson. Ich persönlich habe es ihm nicht zugetraut, dass er nach der Pause, nach dem ganzen Trubel und Wirbel um seine Person zurückkommt und vielleicht noch besser spielt, als er es vorher getan hat. Das ist für mich eine sehr, sehr positive Überraschung. Negative, da braucht man nicht anfangen. Da ist die Liste zu sein. Ich mache es hier auf alle Filme auf Stopp, weil ich mich alle noch mal zu Wort kommen lassen möchte, wenn es jetzt um Coaches-Teams geht. Fangen wir bei Pushy an. Wen hättest du da oben auf der Liste? Bei Coaches, wie gesagt, ich sehe nicht so viele Spiele. Dass Belichick alle ein Fiss da drauf hat, ein Coach eines Football-Teams, und vielleicht ein bisschen darüber hinausgeht, muss man keinem erklären. Ist eigentlich der Mann in Philadelphia schon entlassen worden, in Miami schon entlassen worden? Also haben wir keinen großen Fehler gemacht, dass wir... Ja, also das ist dann auch ja mit Druck entlassen worden. Ja, siehste? Und wir haben es prognostiziert. Die Ersten haben schon böse geschrieben, das passiert doch nicht in der LFL so früh in der Saison. Ja, da scheint es ja irgendwie wirklich, wir haben da so ein bisschen gequatscht rund oben, da scheint es tatsächlich in der Chemie nicht gestimmt zu haben, überhaupt nicht, zwischen den Spielern und dem Coach. Und dann ist das halt die Folge, so dass wir jetzt... Belichick finde ich halt geil, allein weil er so schöne Hoodies trägt und immer lacht. Also von Teams, die nicht ein bisschen enttäuschen, da muss ich die Syracs einfach mal nennen, weil die schwer gestartet sind. Ja, die sind jetzt 2 und 2, das ist schon gut, aber wie jetzt auch die Siegesbestände gekommen sind, die letzten beiden, das ist wenig überzeugend. Auch gestern Nacht, ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen gestern Nacht, gegen die Treuze, habe nur ein bisschen was darüber gehört und auch sehr glücklich, mit dem Haus, glaube ich, gewonnen, mit einem Miss-Call. Also es ist eben sicherlich auch nicht so einfach, das über so viele Jahre in Deutschland auch durchzuzielen. Ich sehe, es waren ja nur die letzten 2 Jahre sehr froh gedankt, gerade in der NFC natürlich das beste Team. Und jetzt tut man sich auch gerade offensiv wieder sehr, sehr schwer, da fehlen einfach sehr gesprachen. Lynch ist verletzt, spielt teilweise nicht. Also die tun sich sehr schwer, hätte ich etwas stärker doch noch eingeschätzt, gerade auch, weil sie ja auch eine gute Diefen uns haben, machen wir das im Leben geben, sehr davon. Das ist für mich, von den großen Kalin, man ist ja das enttäuschend zu da hinunter. Aber Franz, du weißt, jetzt erfahrt ihr Sofa Quarterback, was mit dem letzten Team passiert ist, dass wir nach einem Monday Night Game, was 2 und 2 stand, und das wir abgeschrieben haben, passiert ist. Das ist ja schon klar, ja? Sofa Quarterback ist natürlich die montägliche LFL-Rückschau aufs Wochenende, auf Sportradio 360, weil das nicht kennen. Nicola, du hast natürlich auch deinen Trainer-Team. Da sind wir jetzt bei Tops und Tops. Du darfst es ja auch so machen. Dann bin ich top und die Arbeit, die Dan Quinn in der Kleidung macht, ist schon beeindruckend, wenn man bedenkt, also die letzten Jahre, sie hatten eine okay Offense, also eine gute Offense, aber keine Defense, kein Normandgriff, jetzt hat er tatsächlich ein bisschen Ordnung in den Laden gebracht und die Ergebnisse, die hierbei rumkommen, dass sie Houston in der Form, wie Houston ist, ohne Offense schlagen, ja, dass sie sie quasi bundesermäßig überrennen und komplett abmelden, nach drei Quartern 42-0 führen, das ist schon eine Dimension, die man von den Atlanta-Fanikern, die ich selber nicht erwartet hatte, und dass sie jetzt 4-0 in der eigenen Vision stehen, natürlich auch mit dem entsprechenden einfachen Spielplan, also der kommt auch jetzt relativ wenig, also nicht Blendenpassen, wenn die 13 und 3 gehen, der Spielplan ist einfach, aber trotzdem, die Arbeit, die da geleistet wurde, ist für eine Offseason und für ein erstes Jahr als Head Coach in der NFL schon ganz gut. Wir haben mit viel Überraschung, als Top-Würdig, trotz allem Denver-Manager, mit Gary Cooley, der hat da Ruhe in den Laden gebracht, ich glaube, wir sind alle einig, die wir uns gesehen haben, Peyton Manning ist nicht mehr der Alte, da können Sie erzählen, was Sie wollen, er hat den Arm nicht mehr, er hat immer noch das Spielverständnis, da hat natürlich Gary Cooley und White Phillips zurückgeholt, die Defense ist fast schon unfair gut, die gewinnt 3-4 Mal das Spiel, den Rest macht dann Peyton Manning, also ich stehe mit 4-0 da oben, das muss man auch erstmal hinkriegen, und negativ, für mich ganz klar, Rex Ryan und die Buffalo Bills, große Klappe, nichts dahinter, gegen den Sack voll, die sind ja erstmal gut, das war privatuell, Bellicic lach jetzt noch, glaube ich, das hat sie gemacht, da stehen die Bursche, aber wer zu einem denkt, aber jetzt gegen New York zu Hause, gegen die Giants, bitte, das war nicht böse, aber so einen auf die Hütte zu kriegen, da bin ich erstmal ganz, ganz still und sag nix, sondern gewinne erstmal ein paar Spiele und dann kann er wieder laut werden. Salute, ansonsten auch mit Stammgast, ich glaube, bei den Zoffer-Projekts wenn ich alles falsch bin, ich danke euch, zwei Vorstellungen, das kriegen dann Nicola Martinsen für die Bursche zu, für die Bursche zu spielen. Vielen Dank.